Ich war schon mal vor vier Jahren hier im Taule Resort und habe dieses Mal meine Schwester und meine Cousine mitgebracht. Wir können jetzt nach zwei Wochen sagen, dass es wieder ein wunderbares Erlebnis war. Genau, wir haben von der Katharina schon sehr viel Gutes gehört und als wir dann hier waren, durften wir das auch selbst erleben. Die Behandlungen mit den Therapeuten und hier sind echt der Wahnsinn. Meine ist super entspannt und das werden wir auf alle Fälle sehr vermissen. Die gehen sehr auf deinen eigenen Körper ein und deine Bedürfnisse und zwar ganz, ganz besonders für uns. Ja und alle schauen wirklich auf einen. Es wird jeder umsorgt, auch essenstechnisch. Es wird frisch gekocht, die Lebensmittel sind bio, sie kommen von der eigenen Plantage. Wir durften sogar hinfahren und uns das ansehen, Mangos pflücken. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr toll und schön. Ja und was dann noch dazu kommt, man hat die Möglichkeit auch das Kulturelle rundherum zu erleben, auf einen Tempel zu gehen und einfach auch das zu spüren, was eigentlich Sri Lanka ausmacht und was Taule ausmacht. Für uns geht es jetzt leider heute schon wieder nach Hause, aber wir bedanken uns ganz recht herzlich beim ganzen Team hier und bei der Taule Family. Wir hatten wirklich eine ganz tolle Zeit. Ist du dir und danke. Dankeschön.